UNTERTITELUNG Ich habe es tatsächlich einmal erlebt, dass eine junge Dame, die ich beim Kaffee trinken kennengelernt habe, gesagt hat, was cool, echt, kann ich da mal vorbeikommen? Ja, das war ein einziges Mal. Das erlebt man als Metzger eher sollten, ja. Ich frage mich, ob es für mich jetzt momentan noch okay ist, zu schlachten. Und ich beantworte mir diese Frage bisher mit ja. Ich weiß ziemlich genau, wie wir alle innen aussehen. Ich weiß, wo eure Filets sitzen. Dass ich eine große Klappe haben kann, das weiß ich. Aber dann trotzdem einen Schritt zu gehen, selber hinzusitzen und zu sagen, so, ich buche mir jetzt einen Schlachtkurs. Machst du eigentlich mit endgültig jetzt? Ja, habe ich doch gesagt. Die Schlachtkursteilnehmerin. Wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal ein Schwein durchsägen, wenn ihr möchtet. Eine möchte mehr wie die andere. Und das sind jetzt quasi auch alles die Nächsten, die dran sind, sozusagen? Morgen früh, ja. Alle? Ja. Ja, was ich auch ganz schwierig finde, ist immer so dieses, wenn du beim Schlachten bist und du hast irgendwie Spaß bei der Arbeit. Du kannst das mittlerweile einigermaßen gut und dann denkt man sich irgendwie, darf mir das jetzt Spaß machen oder darf das jetzt keinen Spaß machen? Entscheidend ist, dass diese Adern, dass man die möglichst durchtrennt. Ja. Tiere töten mache ich jetzt eigentlich schon über 40 Jahre und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das fällt mir eigentlich immer schwerer. Das ist auch einfach psychisch belastend. Psychisch? Wir bauen keine Autos zusammen, wir bauen keine Möbel zusammen, wir bauen keine Computern zusammen. Nein, wir bauen Teile von Tieren ab. Ich habe so Angst, dass es vielleicht irgendwas perfides haben könnte. Dass du halt auf eine gewisse Art und Weise deine Seele belädst, sondern dass du irgendwann aufhören müsstest. Also es ist immer die Frage, ob du diese Büchse der Pandora irgendwann öffnest oder nicht. Ja, wenn du halt irgendwann anfängst, dann hast du ein Problem. Ja. Ja, wenn du darüber bewusstst, dann kommst du wieder hin Fuck, kommst du hin los. Ja. Vielen Dank.